Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play BW. Wir sind bei Folge 161 und wir sind eben im Begriff ein paar Quests abzugeben. Ja, oja oja oja. Da freut man sich immer, dass man was für das bekommt. Oh, der ist cool. Ich würde sagen, wir gehen erst mal verkaufen. Sonst ist das nicht cool. Wir verkaufen gleich etwas, ich möchte einen neuen Ring haben. Ja, sehr schön. Wohlwollend sind wir. Dann tauschen wir den 61er Ring aus. Bam! Wunderbar, was hat der denn für uns noch? Ich glaube das ist... Genau hier müssen wir dafür hin. Und dann können wir auf einen netter Drachen reiten. Hier ist der in der Nimmersatte. Empfohlen Spielzahl 5. Wie ich das so sehe, ist das noch nicht mal toll. Wir nehmen die Quest einfach mal an. Wenn mal jemand suchen sollte, dann können wir uns ja melden dafür. 25 Grad ... ... ... ... ... der auch. Allerdings hat er sonst nix. Unserer hat noch extra Angriffskraft drauf. Ah, das ist ja so. Okay. Ich glaube, es ist alles gut. Ah, das ist ja so. Sachen, aber ne, Sonne-Smooks. Kommt man denn schon nach da? Upsa, niemals. Ne, ne, lassen wir ihn noch liegen. Man kann ihn zwar schon voran nehmen, ich habe mich dann auch schon aufgeregt oder gefragt, warum. Alles cool, alles cool. Ich vergesse es mir manchmal wieder. Den können wir nix mehr abgeben. Alter, ich wollte Dings gucken. Meine Verkäufer mal. Den Rüstungsmeister. Vielleicht können wir da was tolles finden, kaufen. Und dann können wir direkt verkaufen. Tadam. Ja, das ist noch die Zeit. Ja, Folter, schau mal vor. Tschö. Oh, spätvoll. Wir sind wohlwollend. Ach, der Platzköscher. Mit 15 haben wir. 20 und 15, okay. Und das ist besser. Das könnten wir, also können wir kaufen quasi. Aber das können wir noch nicht machen. Oh, hier gibt's auch die Trommeln. Das ist cool. Aber da müssen wir noch ein bisschen Lederverarbeitung skillen. Das kaufen wir uns gleich. Erstmal verkaufen. Erstmal verkaufen. Abgeben. Dann können wir direkt lernen. Streck die Bergbottasche. Schönes Ding. Wirklich. Streck die Bergbottasche. Ja, ja, ist gut. Dann können wir theoretisch auch das Rezept schweres Knotenhautleder lernen, das man in Schattfass kaufen kann. So, und die Frage, was können wir hier noch machen? Das können wir auf jeden Fall noch machen, dieses Kreuzersprechen. Korki schon wieder vermisst. Ja, ja, das ist... Maßnahmen... Rechte Geschichte, Diplomatik, ja. Maßnahmen... Müssen wir das denn machen? Ja, richtig. Er ist auch bei den Orks... ...oder Ogern. Die Korkenquests werden nicht angezeigt, oder? Ja, Dörne haben wir angenommen, Dörne läuft hier eigentlich um. Ja, das ist jetzt die Frage. Corona 500... Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier das Ding abgeben, holen uns die Quests. Und dann gucken wir weiter. Da haben wir jetzt, ich glaube, 3, 4 Quests abgegeben. Aber haben da gerade mal 10% daraus geschlagen. Auch wenn ich es ungern sage, aber ich glaube, wir müssen das Gebiet wechseln. Schauen wir mal rein. Oh, alle die noch, oder? Ach so, zerbrochener Rumpler. Ja, das sind sie. Die sind alle gleich oder was? Da kommen dann die Babys raus. Das ist ein Mini-Humpler. Seht ihr? Für ein Popo. Ja nicht. Ach. Das heißt, wir müssen 10 Dinger davon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wirkt ja lustig. Das ist Minus. Oh Mann, die kann man doch nicht mal looten. Aber immerhin gibt es EP dafür. Ach, da stehen sogar welche ohne. Ah, ich habe jetzt gedacht, er greift unser Pad an. Das sah der wohl nicht so, ne? Das sah der wohl nicht so. Oh, nicht schlecht. Pio Pio. Ein schönes Blümchen. Wenn ihr euch fragt, was ich mit der Kamera mache, nichts. Wenn ich loslasse, ziehe ich sie immer wieder in den Rücken. Warum das so ist, weiß ich nicht. Jetzt nach vorne. Aber wie gesagt, wirklich machen tue ich nichts. Das ist, ähm, ist halt manchmal so. Warum auch immer. Das ist echt elendig. Aber gut, es gibt schlimmeres. Das ist eine Kamera, die sich immer dreht. Oh Gott, oh Gott. Das ist eine Kamera, die sich immer dreht. Das ist eine Kamera, die sich immer dreht. Und alle zerbrochenen, zerbrochen. Schönes Ding. Das ist eine Kamera, die sich immer dreht. Da unten läuft noch einer. Zwei. Und zwei Uhr Uhr. Vielen Dank. So, ein Massenpol. Bang, bang. Funktioniert nie, wenn ich das will. Hm. 18. Sehr schön. Sieht immer lustig aus, ne? Oh, man. Schwupp. Kommt mir ja fast schon vor wie liebend hier mit unseren Nahkampffähigkeiten. Noch sieben. War bestimmt wieder in einem nur zwei drin oder so. Da. Oh, ist wie ein Weg. Aber nö. Warum auch einfach machen. Wenn man es ganz kompliziert kann. Schwupp. Warum auch einfach. Da sind wieder nur zwei drin. So, noch fünf. Ja. Oh. Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe es gar nicht gesehen. Ja. Und jetzt mal ein. Ja. Da ist jetzt mal ein Blubbenfall. Ja. 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 So, jetzt haben wir nur noch den Einer, dann haben wir es geschafft. So, ich habe gedacht, ich mache sie noch zu Ende, okay, wir sehen uns in der letzten Folge jetzt wieder als letztes, glaube ich, über den Crusade, ähm, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn das gefallen hat, und wir sehen uns in der letzten Folge, auf Wiedersehen.